Ich glaube, der FAZ war zum Herr der Ringelschwänze aneinander. Bei den Schweinen ist ja eine andere Verhaltensstörung. Der Ringelschwanz ist eigentlich ein Verkappter, den Indikator für Tierwohl. Eigentlich seit 2001 in den U-V-Bunden, den abzuschneiden. Darf nur als Ausnahme bewegt werden. Die Ausnahme war aber die Regel. Beziehungsweise die Regel, 98% schneiden das letzte Schweinsdrittel ab. Jetzt sage ich Ihnen nachher, wenn ich das jetzt verbiete, in Niedersachsen ein Problem, ich habe keine Kennzahlen, die kann also nicht verhindern, dass die dann anders herkommen. Also haben sich Mitarbeiter dann aus, aber erst mal nicht begeistert, die sogenannte Ringelschwanz-Fälle ausgemacht. Da haben wir dann einen neuen Beruf geschaffen, Ringelschwanz-Deners, über die landwirtschaftlichen Behörden, eine Fördermaßnahme angeboten und haben gesagt, wenn der Landwirt es hinfiegt, da kommt immer ein Kontroller, wenn es ein paar Maske oder sogar nur zehn Geschwänze, die eigentlich getackt sind, kriegt er 16,50 Euro pro getackten Ringelschwanz. Von mindestens 70% in jeder Zeit. Erstmal haben die Büros nur mitgemacht, dann haben wir jetzt 80% kompetenzial, die mitmachen. Ich habe nicht gesagt, jeder muss eine Schulung machen, auch die Büros, alle müssen sich beraten lassen. Bei der einen macht es mit Platz, der andere macht es mit Einfreuen. Und mittlerweile, jetzt macht man dieses Jahr, und das ist gelesen, man hat bei meiner Nachbarn, wir haben jetzt dreimal so viele Bauernbeantrags-Fälle, wollen weitermachen, weil es nach drei Jahren sehr erfolgreich ist. Wir haben Kunden, die kein Ringelschwanz-Programm hat, die haben über 93% intakte Regelschwänze gehabt. Die Zweifel haben es nicht geschafft, weil wir kein Geld gekriegt haben. Und das war sehr erfolgreich, weil es auf den Erfolg korrektiert wird. Also nicht einfach sagen, mehr Platz, in keinem hat sich, sondern der Landführer hat ein Interesse daran, dass es den Tieren gut geht, und das ist ein Indikator-basierendes, erfolgsorientierendes System. Und das wollte ich nicht, dass sie das dann weiter ausbauen. Und als es dann nach dem Regierungswechsel wirklich abgeschafft hat, sagt auch mal der Verband, der Schweine halt dann ins Ende, eigentlich ist das gar nicht so schlecht, das ist das mal verhalten, die Bauernsachen brauchen, auch auf das, weil wir eine Prämie für kriegen. Man muss eine Prämie kriegen, solange es nicht europaweit verdrückt ist, haben wir das Geld. Also auch wieder ein Beispiel mit den Landwirten, mit Förderung, also ganz klein freiwillig, es gibt auch Schlachthöfe, die die Karton erfassen, unsere ganzen Hühnerfüße erfassen, die kommen hier dran, da gibt es auch ein Boden-Mali-System, gibt es dort auch die Verletzung. So, das zu dem System. Ja, große Provinzen ist noch bei den Männlichpflegehänden, das hat Herr Schmidt glaube ich für 2016 oder 2017 gesagt, die Mast-Hühner sind ja auf Wankstum, und die anderen sind auch drei Jahre, jetzt etwas gegeben, dass in Rütereien es ein Beruf gibt, das machen nur die Koreaner in Niedersachsen, das nennt man den Hühner-Sexer, das ist ein Beruf, den ich gerne erschaffen bin. Da sitzen Menschen abwandt, wo ein Stück von 60 Millionen im Jahr, die gucken sich dann die Bücher an, und sagen, männlich oder weiblich, und die Männlichen, die Eier, sind dauernd so lange viel zu messen, und die werden dann geschreddert oder vergasen und da gibt es jetzt technische Entwicklungen, und es gibt die Bruder-Hack-Initiativen, das ist auch, auch Miederexische Ordnung, die Bruder-Hack-Initiativen in Deutschland, die sagen, hier sind noch das Ei-Zuschlag zu Bio-Eiern, und da wird der Bruder und das Männliche in den Büchern auch gemessen. In Österreich ist das seit Jahresanfang Standard, da hat sich der Handler mit der Bio-Bronze verständigt, dass wir alle Bio-Eine verkauft werden, denn die gleiche Zahl wenn wir messen, damit wird kein Tier am ersten Tag zahlen zu sehen, und das ist, was ich die Nische, denke ich finde, getötet. Also, wir haben weiterhin Herausforderungen, aber die können wir eben auch mit den Landwirten Lösungen, das ist immer wieder toll, wenn man Betriebe sieht, im Neuland-Bereich, im Tierwur-Bereich, und das sind dann kompensionelle Landwirte, die haben zweit auch in Schwein, aber in Regierungsstandort kann man so machen, dann sind die richtig stolz darauf, wenn es klappt, und wenn die sagen, mit dieser Begeisterung, und irgendwie, die haben da was gemacht, und was im Kultus fehlt, ist die Unterstützung, die Verwagtenchancen, um dort auch einen fehlenden Preis zu bekommen. Wir haben dann zum Beispiel mit dem Bauernverband, bei der Milchkrise gemacht, Kühe gehören eigentlich auf die Weide, und der Verbraucher erwartet eigentlich, dass Kühe noch einen Weidegang haben, die ganz sicherlich schnell stehen. Das ist ja auch das, was uns die Werbung immer symboliert. Es gibt glaube ich auch so eine Tool-Werbung, aus Wintersachsen, wenn man sagt, ich will Kühe, wenn man kleine Kinder in der Sache, dann gehen Urlaub an, an die Küste fahren. Und wir haben dort einen Rückgang, weil wir mittlerweile auch im Winterbereich die Entwicklung haben, da werden Städte gebaut, von 2.000, 3.000, das kann man sich in Bayern nicht vorstellen, da sind immer noch so 30, 40, höher einzelne Betriebe im Schnitt. Und da haben wir ein Weidelichtprogramm eingestartet mit dem Bauernverband, mit dem BDL, mit der ABL. mit dem BDL.